Mein Name ist Wilfried Seebürger. Ich bin 62 Jahre alt und Landwirt von Kindheitsbeinen. Ich bin der Verwalter von der Gutsverwaltung Hellmann. Der Betrieb bewirtschaftet rund 700 Hektar. Von diesen 700 Hektar sind 140 Hektar Raps. Der Betrieb betreibt eine Biogasanlage. Die Biogasanlage hat eine Stromleistung von 400 kW. Wir befinden uns hier am Rande der Warburger Bürde. Der Betrieb hat sich hier von dem Fluch getrennt, weil wir ein sehr flachgrüniges Land haben. Das heißt, wir haben hier einen Kalkverwitterungsteinboden mit einem sehr hohen Tonanteil, der in Schichten aufgelagert ist. Wir sind seit den letzten sechs Jahren in der Verfassung des Betriebes, dass wir den flügenden Betrieben nichts nachsehen in den Erträgen. Und das macht uns auch ein bisschen stolz. Ich hoffe das, so wie ich das meine, das hinzukriegen. Und jeder Landwirt für sich muss selber entscheiden, wer seinen Betrieb führt. Wir machen eine Mulchsaat, machen eine sehr gründliche Bodenbearbeitung mit einer Kurzschalmecke. Wir haben einen Tiefgruber und einen Flachgruber, um effiziente Unkrautbekämpfungen zu machen, schon auf dem mechanischen Wege. Und zusätzlich, was sehr wichtig ist auf diesem Betrieb, ist auch eine Walze, dass wir die Hohlräume einmal im Herbst versiegeln beim Raps. Die Bevölkerung möchte ja, dass wir eine vernünftige Landwirtschaft machen ohne viel Chemie. Und unser Ziel ist es, dass man durch eine bestimmte Fruchtfolge Chemie zuvorkommt und sagt, ich kann mit Anbauverhältnissen und Gesundheitsfrüchten schon einen Teil der Fungizidmaßnahmen und Herbizidmaßnahmen sparen. Und dadurch konnten wir eben das Ertragsniveau auch auf den Betrieb steigern die letzten fünf Jahre, sag ich mal. Und wir liegen hier im Augenblick beim Raps um die vier Tonnen. Wir führen das zurück, dass wir eben durch unsere Biohäuseranlage, die in Betrieb ist seit zehn Jahren, eine sehr gute Humusversorgung beziehungsweise Aufschlüsselung der einzelnen Grundnährstoffe hat. Das heißt Kali, Phosphor, Kalk. Die Fruchtfolge ist deutlich folgendermaßen, dass wir den Raps bei uns als Königsfrucht haben. Das heißt, der Raps, der hat eine sehr gute Durchwurzelung des Bodens und macht eine sehr gute Rückverschlüsselung der ganzen Nährstoffe, die da drin sind. Und so mit Ende Oktober versehen wir unsere Flächen mit einer Kalidüngung. Und bei uns nehmen wir den 40er-Kali mit Magnesium. Da müssen wir auch eine gewisse Winterhärte in der Pflanze bekommen und geben natürlich auch im Herbst schon mal ein bisschen Bohr dazu. Wenn er dann gut über den Winter gekommen ist, wird er im Frühjahr gleich abgedüngt mit der zur Verfügung stehenden Stickstoffmenge. Das heißt, er bekommt seine Biogassubstrat und kriegt dazu den mineralischen Dünger in Form von Hanstopp, sodass wir den Raps mit 170 Kilo bis zur Ernte führen und die Kalkgeschichten zur Bodenlockerung, was alles zugehört. Blattdüngung erfolgt dann bei den Fungizidmaßnahmen generell mit Bohr und Mikrotop. Die Bohrgeschichte muss man machen, um die Gesunderhaltung der Wurzeln zu haben, weil wir sonst die Wurzel voller rein kriegen. Und Mikrotop machen wir eben, damit wir eine bessere Chlorophyllbildung haben im Bestand. Das Kennzeichen für eine gute Qualität beim Raps ist eine gleichmäßige Abblüte, dass ich eine gleichmäßige Reife habe. Und uns kommt es darauf an, ein hohes TKG zu erreichen beim Raps und einen auch guten Ölgehalt zu haben. Denn der Ölgehalt macht nachher auch den Preis. Für mich war schon immer wichtig, draußen das Spiel der Natur mitzuerleben. Das heißt, wenn ich das Getreide gedrillt habe, wie läuft das Getreide auf? Was passiert da? Und jetzt haben wir im Augenblick die schönste Zeit des Jahres, dass der Raps blüht, das Getreide anfängt und die Erden schiebt, die Vielfältigkeit des Berufes. Das war für mich eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich gesagt habe, ich fühle mich berufen Landwirt zu werden. und man freut sich jedes Mal, dass die Natur eine anlacht und man ist immer dabei. Aber … … … … … … Untertitelung des ZDF, 2020